Ich müsste im Kulak schmoren, ewig und drei Tage für diesen Scheiß. Die wollen uns doch verarschen. Nein, Jungs. Ich will es nicht. Aber das Spiel hat mich an euch gefickt. Ah, ich Idiot, ich stand voll in der Tür. Das habe ich noch... Oh, Alter, diese Fack-Tür habe ich auch noch nie gesehen. Ich habe keine Stimma, aber das ist das, was mir auf den Sack geht. Ich muss mit dieser Scheiß-Bedäubungsgranate hantieren. Alter, ich mich erschrocken. Wir verlieren den Vorteil. Aber wo sind denn die? Wir übernehmen die Kontrolle. Die alte Map gerannt. Das ist so. Alter. Meine Herren, ich kann mich nicht mal heilen. Danke. Ich habe uns selbst bedeuten. Kumpel, sorry. Ich bin zu doof, ich bin zu doof. Was? Zeitüberschreibung? Was ist denn Zeitüberschreibung? Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Mehrere feindliche Spionageflugzeuge entdeckt. Hm. Junge, verarsch mich nicht. Oh. Ich bin so ein Vollpfosten, wie man ihn nur aus Filmen und Büchern kennt. Wahnsinn. Das ist schon mal nicht so schlimm. Ich brauche die Position. Heile dich. Feindliche Spionageflugzeuge Anflug. Nein, da kam noch einer. Verdammte Scheiße. Und ich hatte keine Betäubungsgranate mehr, Alter. Diese fuck Betäubungsgranate. Wächst die eigentlich auch mal wieder nach? Feindliches Geschütz aktiv. Wächst du hin? Napalmangriff nähert sich. Spionageflugzeuge im Anzug. Ich hoffe, die rennen alle rein. Komm, Junge. Toast. Sehr schön. Ich denke, jedes Mal da, wo der Reifen ist, da sitzt einer. Bleiben wir mal lieber drin. Aber nicht mit mir. Scheiße. Ich wollte gerade Nachlagen. Mein Leben hängt am Seiten und Farbe. Die CIA kann mich mal, Alter. Ich bin ja Einzelkämpfer. Ich arbeite auf eigene Rechnung. Ich bin ja ein bisschen. keine glanzleistung und hier war die munition alle da wollte ich nachladen und er hat mich weg gemacht da hat schon ein max level scheiße ich habe mich nicht vorbereitet auf den fall die hier ich nehme lieber erstmal eine waffe eigentlich wollte ich waffen leveln scheiße ich hätte ein sturmgewehr vorbereiten müssen das habe ich nicht gemacht ich habe nicht dran gedacht dass die schon max ist warum ich die scheiß granate nie zurückschmeißen das verstehe ich selber nicht also hat uns zwei mit einem schuss weggeholt so das war meine rache die haben wir gar keine lust mit zu spielen und doch der schon alle positionen gesichert aber was für ein wahnsinn wenn sie hier nur snipen wollen sind sie hier auf der falschen map ich habe ihn nicht getroffen alter ich müsste im kulak schmoren ewig und drei tage für diesen scheiß am alleingang einzunehmen ist natürlich auch kacke mit einer munition du lappen oh das war kumpel Schieße ich da doch in den Rücken, aber da kenne ich nichts. Selten dumm, selten dumm. Meine KT gönne viel viel besser sein, wenn ich nicht so bescheuert spielen oder? Hä? Hä? Hey. Der Meister. Der Meister höchst selbst am Werk. Na komm, den schöner Hüftkill. Hey, da fehlt doch einer. Die fragen sich jetzt alle, was? Fuck, das soll der beste Moment gewesen sein. Die wollen uns doch verarschen. Nein, Jungs. Ich will es nicht, aber das Spiel hat mich an euch gefickt. Wir sind an der Spitze. Gucken wir mal zur B. Wer wird gesichert? Oh, Deckung. Da sitzt einer auf der... Nein. Haltet sie. Halt den Maul. Halt. Wir verlieren. Bravo. Wir verlieren. Bravo verloren. Nein. 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 Das ist so... Charlie, Alter. Was habe ich dir gesagt? Pass auf dich auf. Feindliches Spionageflugzeug im Maulflug. Wir verlieren. Bravo. Wir verlieren A. O. Nein. Ah. Ich Idiot. Ich steufe voll in der Tür. Das habe ich noch... Oh, Alter. Diese Fakt-Tür habe ich auch noch nie gesehen. Sie wollen A unbedingt halten, ne? Oh, nein. Ach, Mensch. Schleck mich doch am Arsch. Rein in die Bude. Schnell rein in die Bude. Lalalalala. Was war das für Musik? Oh, shit, Alter. Leck mich doch. Mann. Spielte der erste Mensch. Er hat seinen Schädel genau in die Schusslinie geschoben. Philipps Stille bedsurar, hat der erste Stück schäße aus für dieses Jahr haben.